Was geht ab Leute! Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. In meinem letzten Video haben wir ja so ein bisschen die Grundlagen behandelt, wie man in DaVinci Resolve Texte einfügen und dann über den Inspektor individuell bearbeiten kann. Das Ganze war ein Basic Tutorial, das sich wirklich an Kompletteinsteiger in DaVinci gerichtet hat, die noch nie so was mit Texten gemacht haben. Ich zeige euch alle Grundlagen und alles Wissenswerte, das ihr anfangs benötigt. Wer das noch nicht gesehen hat, der schaut sich das mal vor diesem Video an. Ich verlinke euch das hier oben und kommt dann zu diesem Video zurück, denn heute wird es richtig cool. Ich habe heute etwas vorbereitet. Wir werden Texte animieren und dadurch etwas lebendiger gestalten. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass es trotzdem wieder sehr, sehr anwenderfreundlich ist. Für Anfänger auf jeden Fall geeignet, denn wir brauchen keine Keyframes. Wir müssen nicht in die Fusion Page. Wir machen alles einfach nur in der Edit Page. Funktioniert auf schnelle Art und Weise trotzdem animiert und wird richtig, richtig cool. Wenn euch das interessiert, schaut es euch an. Bleibt mit dran. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Wenn ihr nicht abonniert habt, jetzt ist Zeit dazu. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos und ich wünsche euch nun viel Spaß. Hier sind wir nun in der Edit Page. Ich habe uns wieder mal ein Video schon bereits eingefügt. Ebenso habe ich einen Text Titel eingefügt, wo ich bereits einen Text reingeschrieben und etwas bearbeitet habe. Also ich habe ihn in der Größe verändert. Ich habe eine neue Schriftart vergeben und noch ein paar Kleinigkeiten. Wer noch nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, ich setze das in diesem Video voraus, denn das habe ich alles im letzten Grundlagen Video erklärt. Wechselt noch mal zurück, wenn ihr das noch nicht so ganz drauf habt und kommt dann wieder hierher. Denn heute geht es um das Animieren solcher Texte. Die schnellste Art und Weise, so was schön einzublenden, denn jetzt poppt das Ganze einfach so auf und verschwindet auch einfach so wieder. Das ist nicht ganz so schön. Die schnellste Art und Weise, sowas etwas schöner einzublenden, ist ganz einfach, indem wir das über den Button hier etwas einfaden lasst und genauso auch hier wieder ausfaden. Dann blendet es das Ganze schon etwas schöner ein. Das ist aber noch nicht alles. Ihr könnt hier noch weitaus mehr machen. Jetzt setzen wir uns das Ganze hier erst mal zurück und ich zeige euch, was ihr hier noch machen könnt. Öffnet mal hier oben die Effekt Library, denn was ziemlich cool ist, hier unter Toolbox, die Video Transitions, die könnt ihr nämlich auch auf so einen Texttitel anwenden. Ihr seht hier immer die Vorschau, wenn ihr hier einfach drüber fahrt und dann seht ihr hier die Animation, die der Effekt bewirkt. Mir gefallen am besten die Effekte hier unter Motion. Hier könnt ihr zum Beispiel den Push nehmen. Wir testen es jetzt ganz einfach mal mit dem. Ihr zieht euch den per Drag and Drop hier an den Anfang und dann wird euer Text nämlich von links nach rechts eingeblendet. Ziemlich cool, oder? Und ziemlich schnell erstellt dafür, dass es animiert ist. Normalerweise müsste man das Ganze über die Fusion Page machen, oder man müsste Keyframes setzen. Weitaus umständlicher und länger würde das dauern. So ist das ziemlich cool. Ihr könnt das Ganze verlangsamen, indem ihr das hier verlängert. So wird er langsamer eingeblendet. Und jetzt ein kleiner Tipp noch am Rande. Wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet, in den Effekt reinklickt und euch das hier rüber zieht, habt ihr den auch ans Ende gesetzt. Da fährt er dann jetzt nach rechts wieder raus und schon habt ihr euren Titel hier schön in das Video eingefügt. Wird ganz smooth hier eingeblendet. Und hier fährt er wieder raus. Wem das Ganze aber jetzt immer noch nicht reicht, man kann es natürlich noch weiter bearbeiten. Bleibt dran, schaust ihr an. Klickt jetzt mal hier rein, dass das wie bei mir hier rot hinterlegt ist und öffnet euch hier oben den Inspector. Dann habt ihr hier unter Transitions die Möglichkeit mit diesen Einstellungen diesen Effekt weiter zu bearbeiten. Ihr seht hier oben den Effekt, der verwendet ist, also der hier gerade hinterlegt ist. Wir haben den Push ausgewählt. Hier seht ihr die Länge von dem Effekt, also die Duration und wie viel Frames das Ganze sind. Jetzt wird es interessant. Hier unter Preset habt ihr die Möglichkeit, das nochmal zu verändern. Also wir haben jetzt einen Push von links nach rechts in das Video, können das Ganze aber auch von rechts nach links einblenden lassen. Ich zeige euch das mal. Oder wir können es von unten nach oben einblenden lassen. Und genauso aber auch von oben nach unten. Ich setze es jetzt mal hier wieder auf Push Left und lasse das Ganze so von links einblenden. Und wenn ihr jetzt schaut, was mir nicht gefällt, ist, dass das hier so abrupt endet. Aber dem Ganzen können wir natürlich auch entgegenwirken, indem wir Kurven setzen und das Ganze etwas smoother gestalten. Schaut es euch an. Das Ganze machen wir hier über Ease. Hier habt ihr jetzt Known drin und wählt hier mal Out. Das Ganze ist ein bisschen verwirrend. Ihr müsst hier für den ersten Effekt Out wählen. Das bewirkt, dass der Text dann schnell einfährt und dann smooth und langsam hier in der Mitte stehen bleibt. Würdet ihr hier In auswählen, dann würde er langsam reinfahren und schnell in die Mitte fahren. Wir hätten wieder den Effekt, dass es hier so abrupt endet. Das wollen wir nicht. Deswegen wählen wir hier für den ersten Out. Und genau das Gegenteil hier am Ende. Da wählen wir In. Jetzt haben wir hier eine Kurve erzeugt und nun schauen wir mal, was das Ganze bewirkt hat. Jetzt sehen wir, der Text fährt hier schnell rein und wird dann langsamer und bleibt ganz smooth in der Mitte stehen. Und am Ende fährt er ganz smooth los und wird dann schneller nach außen hin. Ja, ziemlich cool, wie ich finde. So sieht das Ganze schon richtig gut aus. Wenn man das vergleicht zu den Alternativen, ist es wirklich sehr, sehr schnell und einfach erstellt. Probiert hier ruhig ein bisschen die Effekte durch. Hier sind wirklich manchmal ganz coole Sachen dabei. Das hier zum Beispiel ist auch nicht schlecht. Ihr seht hier immer die Vorschau und da ist mit Sicherheit sind da ein paar Sachen dabei, die euch gefallen. Zum Abschluss möchte ich euch jetzt noch einen richtig coolen Texteffekt zeigen, den ich immer wieder in meinen eigenen Videos verwende. Den verwende ich als Anfangseinblendung für meine Titel oder ganz am Ende meiner Videos. Schaut es euch einfach mal an. Ich finde es richtig cool. Jetzt schließt ihr mal die Effekt Library hier und den Inspector, dass wir wieder ein bisschen Platz hier haben und nun tauscht ihr die zweimal aus. Also ihr macht den Texttitel hier nach unten und die Videodatei setzt ihr über den. Das bedeutet in erster Linie, dass der Text nicht mehr eingeblendet wird, denn das Video liegt jetzt über dem Text. Jetzt klickt ihr mal hier auf das Video und öffnet euch wieder den Inspector und hier unter Composite habt ihr hier unter Composite Mode normal drin stehen. Hier wechselt ihr mal auf, wo haben wir es, Multiply. Das bewirkt, dass der Text wieder sichtbar ist, alles drumherum aber ausgeblendet wird. Und hinter dem Text hier seht ihr dann das Video. Finde ich eine ganz coole Sache. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Jetzt wird der Text eingeblendet. Ich verwende das ziemlich oft als Start in meinen Videos und wird Smooth wieder ausgeblendet. Ziemlich coole Sache. So einfach lässt sich ein Text in der Edit Page animieren, ohne dass man Keyframes oder die Fusion Page benötigt. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, in der Fusion Page hat man nochmal weitaus mehr Möglichkeiten, seine Texte zu animieren und cool zu gestalten. Also da gehen wirklich richtig, richtig coole Sachen. Und das Ganze hier ist aber wie bereits gesagt wirklich anfängerfreundlich. Lässt sich richtig einfach und schnell umsetzen. Und deswegen wollte ich euch das unbedingt zeigen. Wen aber auch das weitere Bearbeiten in der Fusion Page interessiert, für den kommt das nächste Video. In Teil 3 zeige ich euch, wie ihr das Ganze in der Fusion Page macht und habe euch da nochmal richtig coole Beispiele vorbereitet, die ich euch dann in DaVinci Resolve direkt zeige. Also wenn euch das interessiert, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich hoffe dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.